Wir wissen jetzt, wie sich Brasilien anfühlt, aber wir wissen nicht, Fatima, wer besser Samba tanzen kann? Ein bisschen hart. Okay, ein bisschen hart, wenn ich tanze. Ich brauche mehr Lockerlässe, aber nicht so. Aber wer gewinnt? Du gewinnst. Das ist nicht ein Kopfschmuck, aber ich zehne dir das. Danke. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017